Im oberfränkischen Wunsiedel wurde anscheinend ein zehnjähriges Mädchen getötet. Die Polizei hat am Mittwochvormittag bekannt gegeben, dass das Kind bereits am Dienstagmorgen leblos in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung gefunden wurde. Ob ein Fremdverschulden vorliegt, ist laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken noch nicht sicher. Allerdings gibt es Hinweise darauf. Diese Hinweise ergaben sich aus der Obduktion des Mädchens, die von der Staatsanwaltschaft angeordnet wurde, um die Todesursache zu klären. Die rechtsmedizinische Untersuchung hat laut Polizei nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens ergeben. Welche Anzeichen das waren, wurde noch nicht bekannt gegeben. Das Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor, aber das Spurenbild am Tatort deutet ebenfalls auf ein Fremdverschulden hin, bestätigte der leitende Staatsanwalt Matthias Goß. Die Polizei hat bisher keine Tatverdächtigen, obwohl Medienberichte etwas anderes behaupten. Eine Sprecherin dementierte die Meldungen am Nachmittag auf Anfrage. Laut Sicherheitskreisen stehen jedoch zwei elfjährige Jungen und ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittler. Die Polizei hat alle Personen, die mit dem Mädchen in Kontakt standen, insbesondere kurz vor ihrem Tod, überprüft. Aber es gibt keine tatverdächtigen Personen, betonte Staatsanwalt Goß. Die Kriminalpolizei Hof hat eine Sonderkommission eingesetzt, um den Fall zu untersuchen. Die Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung, das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef, wurden durch zahlreiche Maßnahmen zur Trauerbewältigung unterstützt.